Hey, ich bin Syntix und zeige dir heute das Ranking in den DACH-CS Masters. Die Anmeldung ist abgeschlossen und die Teams sind gesiedet. Aber jetzt gibt es feste Auf- und Absteiger. In Zukunft können über das Ranking Teams nachrücken, sollte es noch offene Slots geben, durch Disqualifikation oder Aussteiger zum Beispiel. Das Ranking könnt ihr auf unserer Webseite einsehen. Das Ranking funktioniert wie folgt. Spieler können in diversen Ligen- und Cups-Punkte für das Ranking sammeln. Faktoren hier sind Sachen wie Preisgeld, Länge, ELU-Durchschnitt, Austragungsort und Anzahl der Teilnehmer. Somit wird jedes kompetitive Ereignis mit einem Faktor bestimmt, mit dem sich eure Punkte multiplizieren. Wichtig hier ist, die Punkte bekommen die Spieler und nicht das Team. Also sollten sich Teams verändern, behält der Spieler seine Punkte und nimmt sie in das nächste Team mit. Um das Ganze aktuell zu halten und einen permanenten Anreiz zu liefern, zählen Ranking-Punkte sechs Monate lang. Also lohnt sich eine langfristige Teilnahme an diversen kompetitiven Formaten. Das Ranking lässt sich für Teams und Spieler auf der Seite jederzeit nachschauen und wird mit einem Klick darauf aufgeschlüsselt. RP1 bis RP6 stehen hier für die Monate, wie lange die Punkte noch gültig sind. So, nun kennt ihr euch im Ranking aus. Viel Spaß beim Spielen, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Euer Syntex. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.